Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jesse und ihr habt schon den Titel gelesen. Wir schauen uns jetzt mal an, was ihr braucht, um Diablo 4 optimal zu spielen. Also wir befinden uns bei den Systemanforderungen und das ist bei Diablo 4 nicht ganz so einfach, wie wir auch schon während der Testphase gemerkt haben, sondern da gibt es ja mehrere Versionen, ist unterhalb nochmal verlinkt. Es gibt die Mindestanforderung für 1080p mit 30 Frames oder 720p und dann geht es weiter zu den mittleren Anforderungen bis zu den hohen Anforderungen, bis zu den Ultra-Settings mit 4K oder eben auch vielleicht 2K und so weiter, weil da geht es performance-technisch heiß her, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war jetzt ein Umpi-Wuster, relativ guter Joke. Man muss auch dazu sagen, diese Systemanforderungsgeschichten ist natürlich auch der perfekte Hook, weil Nvidia und MSI haben dieses Video indirekt gesponsert. Indirekt in dem Sinne bedeutet, sie haben mir eine 4090er zur Verfügung gestellt, wo natürlich durch DLS 3 hier ein Performance-Vorteil erzielt wird. Das werde ich euch gleich noch im Video zeigen. Also da kann man ja auf die neueste Technologie zugreifen und MSI hat hier nochmal zwei Monitore gestellt für 4K und das optimalste Erlebnis. Also der Dankeschön geht raus und was das Ganze bedeutet, zeige ich euch jetzt im Video im Detail. Mit meinem Barbarumlaufe und die ein oder andere Monsterschnetzle. Und wenn wir dann den Switch machen zu dem, danke Schenuki übrigens für das Bildmaterial, zu einer 4000er-Serie, wo man eben auch DLS 3.0 dann aktivieren kann, da merkt ihr auch hier von den Einstellungen her, plötzlich gehen die Frames relativ nach oben. Die Wattanzahl geht runter, also für alle, die in dem glücklichen Lage sind, eine 4000er-Serie zu haben, ihr hattet einfach Glück und aktiviert das verdammte DLS 3.0, damit ihr hier performance-technisch einfach vorne weiter dabei seid. Das muss man mal hier sagen, das macht hier eben einen der Unterschiede. Es ist jetzt aber nicht nur so, dass man unbedingt die 4000er-Serie braucht, das in den höheren Segmenten mit 4K und den maximalen Texturen, da gab es ja auch diverse Probleme, die waren aber jetzt, glaube ich, dann gefixt mit der zweiten Beta, dass wenn ihr die 4K-Texturen auf Maximum stellt, dass euer V-Raum vollläuft und so, da gab es ja alle möglichen Probleme. Das wurde schon zur Beta halbiert und wir kriegen zum finalen Client nochmal ein paar Updates, dann sollte das auf jeden Fall wunderbar laufen. Aber wenn wir mal zu den Systemanforderungen prinzipiell gehen, ihr könnt mir ja mal gerne verraten, mit welchem System ihr Diablo 4 spielen werdet. Ich bin gespannt, dann sehen wir auch genau, wo sich hier die Community soweit verteilt. Ich möchte auch noch ganz kurz auf meinen Twitch-Kanal verweisen. Auf twitch.tv slash jessebox wird es ein Live-Release-Event von Diablo 4 geben. Und ich möchte nicht vorgreifen, da solltet ihr unbedingt vorbeischauen. Da gibt es nämlich vielleicht das ein oder andere Coole zu gewinnen. Kann man sich jetzt schon zusammenreimen, was das sein wird. Und dann wieder zurück. Also mit welchen Systemen ihr Diablo 4 spielt, wie gut das funktioniert hatte. Also ich hatte ja beim Einstieg auch ein paar Probleme. Vor allem, wenn ihr OBS in den Single-Stream-Setup nutzt, dann schießt euch Diablo 4 OBS ab. Also komplett verrückte Geschichten, obwohl die Hardware on point ist. Ich habe übrigens mit einer 3080er TI gespielt. Aber die 3000er Serie unterstützt eben DLS 3.0 noch nicht. Kam jetzt eben mit dem neu hinzu. Und da dürft man mal gespannt sein. Also von den prinzipiellen Systemanforderungen her, machen wir es mal von oben nach unten. Die minimalsten Anforderungen von Diablo 4. Da reden wir aber dann von 720p, vielleicht 1080p. Ist halt wirklich, also Windows 10 muss überall sein. Ich glaube, der ein oder andere von euch hat doch schon Windows 11. Sollte auch funktionieren. Dann haben wir hier ein i5 oder ein AMD FX 8350 und eine Nvidia GTX 660 oder ein aläquates AMD-Modell. 90 GB SSD-Speicher, ich glaube es werden dann 100 werden, braucht ihr sowieso immer. Und Internet muss auch immer verfügbar sein. Diablo 4 ist kein Offline-Game, sondern funktioniert eben nur, wenn auch Internet verfügbar ist. Wenn wir dann auf 60 Frames gehen, weil das obere war 30 und 30 Frames ist jetzt nicht das bestmögliche Spielerlebnis. Wenn wir dann auf 60 gehen, dann erhöhen sich gleich mal unsere Systemanforderungen. Also in der CPU-Leiste, aber vor allem auch bei der Grafikkarte. Und der nächste Sprung, wenn es dann an die hohen Systemsachen geht, dann sind wir schon bei einer RTX 2060. Da wird es dann schon mal interessant. 16 GB RAM geht sich fast noch ein bisschen aus und wir sind auch schon bei einem i7. Und dann mit der Ultra 4K-Einstellung, da schießt es sowieso durch 32 GB Arbeitsspeicher. Die neueren Generationen, das sind jetzt nicht die allerneuesten Generationen, aber dann eben von den Kartenversionen 3080, also eine 3000er Serie oder eben die 4000er Serie, wo man DLS und so weiter mit aktivieren kann, dann wird es halt spannend und spannend. Also die ganzen Cleveren, ich sage mal wie es ist, die ganzen Leute, die diese Systemanforderungen skippen können, sind die, die natürlich auf der Konsole spielen, weil auf der PS5 und auf der neuesten Xbox läuft das butterweich, weil da wurde es auch schon mehr oder weniger optimiert rausgebracht. Also Fingergeschwass, dass wir da hier das auch noch ein bisschen optimierter bekommen. Wenn ihr es auf der Konsole gespielt habt, verratet es mir in den Kommentaren. Wird mich interessieren, wie viele Leute aus der Community Konsole oder PC spielen, damit wir hier mal einen Überblick haben. Ja, schauen wir wie es ist. Also die Systemanforderungen von Diablo 4 sind heftig, muss man ganz klar dazu sagen. Ich habe noch ein paar kleine Optimierungstipps für euch mit bereit. Punkt 1, Frames cappen. Also wenn euer Monitor 144 Frames kann, 144 Hertz hat, dann stellt ihr das im Spiel ein Optimum. Also ihr könnt ja auch vielleicht noch V-Sync oder sowas mit anlegen. Ansonsten an die 100 Frames wären wahrscheinlich ganz gut. Irgendwo was zwischen 60 und 100. Vor allem die Optimierungen bei den Einstellungen da ein bisschen rumzuspielen, bringt euch dann später etwas. Wenn man in das Gruppenspiel von Diablo 4 kommt, weil dann hat man ein bisschen das Problem, dass es auch schon in Diablo 3 gab, wenn sich zu viele Monster, also wenn die Monsterdichte zu hoch ist und zu viele Effekte überlagern, dann kann es schon mal ein bisschen laggy werden. Muss nicht unbedingt immer bei euch liegen, kann auch an den Server liegen. Das wird sich dann weisen. War aber auf jeden Fall hin und wieder präsent in der komischen Beta, über die man nicht reden darf, wo mein Freund gespielt hat. Und da muss man dann schauen, dass ihr da ein bisschen was optimieren könnt. Das ist dann in Richtung Endgame. Am Anfang haben die Gegner einfach nicht genug Leben und die Dichte ist nicht hoch genug, weil die Modifikatoren nicht da seien, dass ihr praktisch hier irgendwie ins Schwitzen kommt. Aber ihr kennt, wie es ist, wenn dann die Metaskillungen rauskommen und das ist dann wieder so ein Meteor oder Hydra-Bild. Achso, Match wurde genervt. Oder es ist so ein Nekro. Achso, Nekro wurde auch genervt. Oder es sind vier Druiden, die mit Pulverisieren praktisch die Gegner zerlegen oder Baba mit irgendwelchen Blutungseffekten und das tickt und das muss alles hier berechnet werden und die Effekte sprühen, wisst ihr Bescheid. Also deswegen, checkt mal kurz die Systemeinstellungen. Ich meine, die Leute, die die Möglichkeit haben, die Optimierungsgeschichten wie DLS oder so zu aktivieren, probiert das mal. Das könnt ihr ja einstellen, ob Leistung oder was auch immer. Und ansonsten, Framecapping, spart euch Watt und spart euch Leistung und dass es für euer System optimal ist. Wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht oder eine Frage habt, gerne in den Kommentaren. Wenn ihr sagt, okay, ich habe den Monitor mit so viel Herz und ich habe die Karte, wo soll ich ihn da ungefähr einstellen? Einfach mal in die Kommentare. Ich werde das durchlesen und vielleicht euch den ein oder anderen Tipp geben. Beziehungsweise wir haben im Discord noch eine Hardware-Abteilung. Dort könnt ihr sonst auch noch ein paar genauere Fragen stellen. Ja, meine Damen und Herren, damit habe ich einfach das Systemvideo auf über acht Minuten gestreckt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wie gesagt, für die Fragen nutzt bitte die Kommentarfunktion für ein perfektes Diablo 4-Erlebnis, worauf ihr keinen Einfluss habt. Egal wie viele Grafikkarten, wie viel DLS oder ihr so aktiviert, ist die Warteschlange. Da sind wir alle gleich vom Toaster bis zum NASA-Rechner. Da warten wir ab und jetzt wünsche ich euch dann wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.